Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ghostwarner. Das erste, was ich gerade bemerkt habe, ist, dass das Game auf meine Tastatur zugreift und meine Tastatur in den Farben vom Spiel leuchten lässt. Äh, in Killwan-Mode you have limited bla bla bla, okay. Ähm, Settings. Machen wir die erstmal auf Deutsch. Ja, das passt schon. Nur die Audio muss ich ein bisschen lauer machen. So, finde ich es angenehmer. Apply Settings und Play. Äh, neues Game. Und ich muss mir erstmal was einschütteln. So, ich weiß nicht viel was... So, ich weiß, dass bei dem Spiel scheinbar alles auf Warned geht. Das heißt, wenn man einmal getroffen wird, stirbt man. Oh. Wir können slideen. Okay, äh. Okay, äh. Da war ich die Kölfer nicht auf mich vermagen. Oi, oi, oi. Das sieht verdammt nice aus. Haben wir hier eine Laufwand, da haben wir einen Gegner. Wie kann ich dir jetzt gerade den Slumwunk-Tier? Oh, falsche Taste. Ja, das ist geil, dass es halt gar keine Laufzeit hat. Slide to gain speed. Die Suez. Mist. Kopf halten. Ähm. Habe ich mich gerade verlaufen. So, ich muss hier runter. Ah, hier muss ich links. Dome auf翔ся. Dome auf der Lockdown-Tier. Alle Katte hat ein Kätten. Alle Katte hat ein Kätten. Alle Katte hat ein Kätten bef Спасибо. seitlich geht es nicht okay es geht immer nur da wo ich hinschaue manometer wie oft kann ich das einsetzen jetzt aber mal hier probieren wir es mal raus das lief nicht gut was denn hier hat er mich aus der luft gefischt so eine scheiße ein besonderes ein besonderes in der ich bin 20 mal gestorben kam mir nicht so häufig vor oh cool grappling hook oi Ui War da nicht nur einer? Hä, wieso konnte ich die nicht greifen? Die sind echt gut im Zieren Ich war echt nicht nah genug dran Mahu 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 Der letzte, was ist denn los mit dem? Ah, wenn ich zu weit weg bin, ist es Take care of the guards first Nein, der letzte Ah, das war so cool Ich bin so gut da durchgekommen Ich war doch schon durch, oder nicht? Und? Oh shit! Suick no threat level Extremely high Press the button, don't press the button. Ah, frei at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. What are you doing? Welcome to Cyber Void. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. You were bodyguards. Peacekeepers. Arbitrators. And anything else we needed you to be. No. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara. Or the key master. As she calls herself now. 20 years ago she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken. I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people. Kept them safe. Maintained shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower. Ruining what I built. Bringing us back to the world of extinction. So. So. Müsste also irgendeine Lady killen. Oder so. Irgendwas ruiniert hat. Schwer zu folgen, wenn... Ich sei die ganze Zeit dieses Jump'n' Ones noch nebenbei machen muss. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent prepares you were subjected to. Made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who would have hated me? That would be the Climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Ah. Krieg ich einen neuen Stein. How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were. You and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now? Is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharmakara would. I need more answers. And you will get them. For now. Trust me. The key master is your enemy. And a tyrant. Verdammt geiles Level design. Fällt mir echt gut. Nein. Weil der den gegriffen hat. Der ist nicht gegriffen. Lol. Was war das denn jetzt? Warum hat der den denn gegriffen gerade eben? Bin ich zu früh abgeschwungen? Was willst du mich machen? Kill Mara, natürlich. Um das zu können, musst du ein paar Dinge wieder lernen. Und... ...eine Leistung verändern. Aber erst... ...drehen. Wir müssen zurückkommen. Und es ist viel schneller diese Weise. Mh-hm. Ach so, das war wahrscheinlich meine Map gerade eben noch. Mit den 18 Tonnen. Da bin ich jetzt gerade eben da dran. Dann bin ich noch keine 18 mehr runtergefüllt. Das glaube ich nicht. So. 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 Our first stop is one of the few remaining Cybervoid mainframes. Located in an old mining tower. We can use it to correct the corrupted parts of the code. And hopefully, restore your more sophisticated functions. Hopefully. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact. But we'll cross that bridge when we come to it. Hmm. Easy. It's game of all time. So. 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 das ist bei dem nicht klappt das sehr knappe kiste ich muss nicht halten ich muss einfach nur einmal dran helfen dann leute ich nur leidung es ist mir in kombat am frede ich kann es sei gewollt rennen ich will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe apart from that just think of me as a voice in your head one that you should listen to if you want to stay alive alive das war mein gäste sich hier unter muss this is zoe avila of the climbers rebellion if there's anybody alive out there please respond you said they were dead they are except for her it seems no one will answer this broadcast trust me i keep track of any potential assets and a single desperate survivor is no asset okay the keymaster guard is patrolling the area they may have located the mainframe can they use it no but they can destroy it like they did to most of the cyber void hardware this is zoe avila of the climbers kopf runter kopf runter kopf runter kopf runter kopf runter kopf runter ich habe nicht mehr gesehen kopf runter so kopf runter kopf runter kopf runter kopf runter Das war close No Man darf keine zweiten Linien laufen, das ist echt das Problem No 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 Endless Endless Oh Was ist denn los mit dem... Ach ich bin doch doof Alone? Das ist verrückt, aber... Wenn jemand das kann, definitivisch du Oh Oh Hmm, ich bin es. Hallo? so erhaut was wir los ok der ball ist protected Noo! 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 Jump attack! Was ist das? Nee, da komme ich nicht weiter. NOOOOO! Nein, nein, nein! So. Nein! Geht sogar theoretisch noch weiter. Jetzt habe ich gerade abgelenkt. Komm ich da nicht weiter? Nein, tatsächlich. Noll, ich habe mich da erwischt. Oh, der ist im Sterben, hat er mich getroffen. Ich würde gerne so Finderstab machen. Das ist es. Jump in. Okay. Okay.